ich habe auch fahrt kenne ist das ist die stadt in die luft sprengen jetzt wissen wir es ja klar oder ist ganz heimlich macht es in der unterirdischen creeper creeper anlagen fahren und so ja ich sehe ich ja alter was bornt jeder sich sagt man vielleicht aus ausleuchten jetzt hier frage ich bin da immer neue neue monster spawnen um an alter der unten sind sechs sieben monster jetzt hier oben auf dem berg was sich jetzt mit stunden bei mir ich habe kohle 0 alter hat mich nicht nein 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 weg ja und bitte die und ich komme hoch warte ja bitte bitte das mini zubig das mini zubig auf den berg runter am besten die haben die vor der stunden bei dem dieser texte beck daten zum b in creeper kopf aufgehabt dort ist es ist ja aber auch vor dem strecken ich habe dreieinhalb herzen aber ich bin überhaupt ich nicht aber da bist du guck mal ich hätte gedacht dass wir hier oben das jetzt machen oder ja hier würde ich schon ein bisschen schöner finden fänden wenn ich sogar ein bisschen schöner fänden fänden äh tun wenn ich xp malz das noch ein fieber alter hinter dir wäre auch eine haaah geh weg ich werde mich einfach mal eiskalt oh gott du weißt wie man gegen creeper kämpft ja ich bin immer noch nicht gestorben schau lass das sache liegen ja lass ich doch 100 XP eingesammelt feld ich habe die 15 o aber in den schweizern weil ich dachte so müssen dass es geht das Geld sicherlich seine Sachen aufsammeln soll nein und war nicht so wie die Katzen über die Gegend Fieber Prozent Prozent weil sie gut funktioniert also ist was auch das immer mehr kein Ding kommt ich bin grad die ich bin hier am Abschlein kaputt machen um um also die eine Höhle habe ich jetzt fertig er ist schön gemacht die eine von vielen haben wir ein schönes Loch bei das doch zu schulden ist nicht ich weiß ich war sogar bei der Explosion ich war nur eine Fick dich Skelett oder auch noch ein Creeper er okay so mit ist alles auf eine Ebene bringe ich ein bisschen viel oder wir leben er hat die die in die Wurde vor dem Abwehr für Hilfe ich habe ich jetzt ist er mehr in der grundbäude feskelett schmacken millionen erweilte ob die zum bieter fähig erweil johannes jungs die berühmte so ja was ich machen wird zum bis schnell weg hier hilfe für die perso wir suchen jetzt die mitte das wäre ja etwa als der berg muss ich auf jeden fall weg welcher der dort ohne ist es nicht weg weil hier oben ist eine über überführung zum anderen berg kürzer mit einer brücke und sowas hinbauen und dann ja das ist sozusagen eine brücke der berg er muss er mir wenn wir hier eigene brücke da hinbauen weil ne was ist gar keine brücke von der einen seite ist halt zu und von der anderen und der einseit ist halt offen mit betrieben ist so eine insel zum beispiel wenn du jetzt von hier guckst wenn du da da runter guckst wenn du jetzt da hier zurück gehst hier da das ist der halt dass der okay Prozent nachlass nicht ich habe gesagt wo soll man denn jetzt ist Rathaus hinwohnen ich würde eben schon sagen hier also hier soll jetzt händler hier so Köln Grasche und Grasche die Erdwärmung wir sind auf eine Ebene bringen und auf die Ebene wo du gerade stehst ich mal den Grad hier ist nur die oberen ist siebener 80 das ist mit jedem die oben weg schon mal ja die machst du weg und ich mach die untere und mit ihm wird ja eben wenn du was macht mir immer nichts um mein Gott zwei zum bis um mein Gott drei zum bis um mein Gott vier zum dies um mein Gott fünf zum bis und jonas nimmt nicht auf also was geht hier ab ich glaube da ist es bohchen Hörger ach ja stimmt es war die Map warte bist du in der bist du in einer in der Schlucht nein ich war vorher in der Schlucht weil ich glaube das ist der sieht das ist er auch nicht das ist eh anders nicht ob das ist der sie wohl nur Schlucht 3 es vorne nebeneinander so weiter und der Fall war alles voller bei mir jetzt dann nichts mehr ich weiß doch wenn ich glaube das ist der sie oh geile Höhle Lava und ich will mich von Lava fürchten aber das ist die Rände auch keine Höhle Lava hey komm mal jemand ich hab kein Bock das alleine zu machen nur wir wollen wir uns Rathaus und ich habe eine Idee ich weiß noch welchen welches Plugin wir drauf holen Prozent wenn sie sich um wenn sie es gibt Backpack Mod oder das Volk ja ich doch ich glaube es gibt's eigentlich würde ich jetzt gern mein Internet Browser öffnen gleich nach gucken und dann würden die Zuschauer hier nichts mehr sehen würde ich nur auf kaum stehen okay Patti guckt gerade bitte bitte soll ich Nein okay der steht echt auf kaum m hm hat mich mal hat mich mal das Mikro gemütet oh mein gott lava oh mein gott wo eisen ich verliere eh alles wird doch fast recht gestorben grad wissen wir doch wir wissen eh auf daheim auf der heimreichs wirst du wahrscheinlich eh sterben ach was ich bin ja fast daheim von in der nähe verständlich immer noch stummfrei weiß man zombie okay bin tot okay okay zwei herzen sagt koordinaten werden kraften alter so ein spaß die sagt koordinaten nene ich überlebe ich weiß nicht dass du stirbst ich will jetzt nicht koordinaten sagen bin zu voll ich schreibe kurz im chat nene für uns sagt du könntest ja wohl merken wenn du stirbst nur 5 8 und minus alle denn die lehrtaste nene warte was ein der die mittlere zahlbruch ich nicht angeben er doch damit wir wissen wenn du für die höhe du bist du bist in der hülle ja nicht aktiv aber egal mach ich halt trotzdem also bin wir da wo warst du im ersten fall jetzt die genieße Antacke namen ausgetrunken ach so okay jetzt wissen wir wo jonas ist guck mal wo das ist ich das in deinem näher Prozent nötten wir sind bei ihnen minus 160 und minus 200 ich weiß nicht ich glaube ich bin in die falsche Richtung gelaufen klausel ist so etwas abholen dann machst du mir ist es auch immer deine erde ich bin bin ich meine ich muss eh neue Schoffeln mal er was machen die Sack zack 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 da kannst du die Schoffel brauchen die sie jetzt echt abholen nein doch muss ich ganz schnell weg das Leben haben ja auch was verreckt alter du kannst ja dann mit mir weiterformen ne wo ist das Rathaus ich bin eh scheiße im Bohnen allzu ja lass mir jonas lieber nicht bringen äh ich hab grad ne weiße Hand das h 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 ja ich bin ihr alter Spinnen Spinnen und ist ein Bühne was trotzdem ein paar Schaufeln es leckt gerade irgendwie bisschen nö weil es regnet äh das check ich jetzt nicht meine FPS in Augen 4 nach unten ging ja okay sind die Bühne wegen 4 Euro 50 FPS Grad und zwei Skelette machte ich auf und machte ich auf ihn jetzt für mich oder und beide ich packe direkt mal Erde rein